Alles für den Redner der Sparkasse Rosnein Bad Aibling, Turniersponsor, Veranstalter. Das Fazit kann mit dem Restart eigentlich nur sehr positiv ausführen. Mehr als positiv muss ich sagen. Mit der Corona-Pause und den traditionellen Regeln, die wir haben, weiß man nicht, wie geht es dann weiter. Drei Jahre Pause, andere Regeln, keine Flugzahl, wie läuft das? Haben die Vereine Interesse? Haben die Zuschauer Interesse? Und von dem her bin ich als Sparkassenvertreter überglücklich, dass das so gelaufen ist. Ich glaube, wir haben jeden Spuldung mehr Zuschauer gehabt, wie vor Corona. Heute war wieder die Hölle los in der Halle. Das ist fast vergleichbar mit Eishockey. Und von dem her, ja, positiv. Besser kann ich es mir momentan nicht vorstellen. Man schaut immer, dass man einen Schritt weiterkommt, aber ich glaube, Hackel ohne irgend so, herrlich was.